Hallo, ich bin Emilia De Luca und Du hörst den Podcast Meine Lesung. Die Schauspielerin und Sprecherin Anche Hartmann liest heute aus dem Kinderbuch »Luzi und der Wackelzahn« von der Kinderbuchautorin Soen May. Luzi und der Wackelzahn von Soen May Luzi war ein sechs Jahre altes Mädchen und kam aus Berlin. Sie hatte einen Wackelzahn und große Angst davor, diesen zu verlieren. Es war nämlich ihr erster Wackelzahn. Sie wusste nicht, was passieren würde, wenn dieser rausfallen würde. Luzi wollte nicht wie ihre Freundin Hannah, die schon zwei Zähne verloren hatte, aussehen. Sie hatte beide Zähne direkt nacheinander verloren und das sah wirklich komisch aus. Also beschloss Luzi, nicht an ihrem Zahn zu wackeln und dachte sich, dann fällt er auch nicht raus. Doch immer, wenn sie etwas gegessen hatte, fühlte es sich komisch an. Schnell merkte sie, dass der Zahn immer stärker wackelte. Lange konnte Luzi ihren Wackelzahn nicht mehr geheim halten und so merkte auch ihre Mama, dass der erste Zahn wackelte. »Luzi, du hast ja einen Wackelzahn«, freute sich ihre Mama. Luzi schaute verwundert, denn sie wusste nicht, warum sich ihre Mama so darüber freute. »Wenn du immer wieder an ihm wackelst, dann fällt er schneller raus und du bekommst dann einen neuen Zahn, einen großen. Denn jetzt hast du ja noch kleine Zähne, Milchzähne«, erklärte Mama. Luzi überlegte, wie große Zähne bei ihr aussehen würden und ob sie die überhaupt zum Essen brauchte. »Weißt du, was passiert, wenn du einen Milchzahn verlierst?«, fragte Mama. Luzi schüttelte ihren Kopf. »Dann kommt die Zahnfee und erfüllt dir einen kleinen Wunsch.« Luzi blickte ihre Mama mit weit geöffneten Augen an und staunte. »Hanna hatte ihr von der Zahnfee erzählt«, erinnerte sich Luzi und überlegte, wie das nochmal mit der Zahnfee ging. Da fiel es ihr wieder ein. »Wenn mein Zahn rausgefallen ist, muss ich ihn abends vor dem Zubettgehen unter mein Kopfkissen legen. Und wenn ich eingeschlafen bin, kommt nachts die Zahnfee, nimmt mein Zahn und erfüllt mir einen kleinen Wunsch.« So hatte es ihr Anna erzählt. Und so entschied Luzi, an ihrem Zahn kräftig zu wackeln. Am nächsten Tag machten Luzi und ihre Mama einen Ausflug. Mama hat ihr versprochen, eine Stadtrundfahrt mit dem Doppelstockbus durch Berlin zu machen. Luzi freute sich schon sehr lange auf diesen Ausflug und so fuhren sie mit der S-Bahn zum Bahnhof zu. Dort startete der Bus der Linie 100. Luzi und ihre Mama saßen im Bus oben über dem Fahrer. So konnten sie alles sehen. Mama hatte eine Idee. »Luzi, was hältst du davon? Ich zeige dir jede Sehenswürdigkeit und immer, wenn wir an einer vorbeifahren, wackelst du an deinem Zahn.« Luzi überlegte und war einverstanden. Wenig später fuhr der Bus, der jetzt ganz voll mit Menschen war, los. Erster Stopp. Elefantentor. »Luzi, schau, hier ist der Berliner Zoo. Den Eingang nennt man Elefantentor, weil da große Elefanten aus Stein stehen. Gleich daneben ist das Aquarium mit vielen Fischen aus der ganzen Welt. »Ah, Mama, hier waren wir schon mal!«, erinnert sich Luzi, während sie an ihrem Zahn wackelte. Ihre Mama nickte und der Bus fuhr weiter. Die Straßen waren sehr voll, aber Luzi konnte von oben im Bus alles genau sehen. Zweiter Stopp. »Haus der Kulturen der Welt.« Der Bus hielt diesmal nur kurz an. Und Luzis Mama erklärte ihr, dass in dem Haus oft Ausstellungen sind, zum Beispiel von Bildern oder Kunstwerken. Luzi wackelt gelangweilt an ihrem Zahn. »Dritter Stopp. Brandenburger Tor.« Luzi stand von ihrem Sitzplatz auf. »Mama, können wir aussteigen und ein Foto davor machen?« Und so gingen die beiden die schmalen Stufen im Bus nach unten in Richtung Ausgang. »So, nun stehen wir vor dem Brandenburger Tor, eines der wichtigsten Wahrzeichen von Berlin. Wenn du etwas älter bist, erkläre ich dir dann alles und wir fahren abends mal hierher.« Luzi blickt ihre Mutter verwundert an, während sie an ihrem Zahn wackelte. »Aber warum fahren wir dann abends hierher?« Wollte Luzi wissen. »Na ja, wenn es dunkel ist, wird das Brandenburger Tor von Scheinwerfern angeleuchtet. Das sieht dann sehr schön aus.« Luzi und ihre Mutter machten noch ein paar Fotos und gingen wieder zurück zur Bushaltestelle. Wenig später kam auch schon ein weiterer Bus der Linie 100. Ganz vorn oben waren sogar noch freie Sitzplätze. Vierter Stopp. Unter den Linden. »Warum heißt das so?« Wollte Luzi wissen und wackelte schon wieder kräftig an ihrem Zahn. »Schau mal, die Bäume da in der Straßenmitte. Das sind Linden und sie sind entlang der Straße angelegt. Siehst du, da die Bänke? Man kann sich da auch hinsetzen.« Sie fuhren noch an einigen weiteren Sehenswürdigkeiten vorbei, wie der Humboldt-Universität, am Bebelplatz, der Hedwigskathedrale, der Neuen Wache, dem Zeughaus, der Schlossbrücke und dem Alten Museum. Zwölfter Stopp. Berliner Dom. »Das ist der Berliner Dom. Da können wir später mal reingehen und auch bis nach ganz oben.« Luzi schaute bis hoch zur Domspitze, während sie an ihrem Zahn wackelte. »Oh, wir können da hoch, Mama?« fragte Luzi staunt. »Ja, es gibt Tage, an denen man bis nach oben gehen darf. Dort gibt es, wie hier im Bus, schmale Stufen. Das können wir ja beim nächsten Mal mal machen. Das gefällt dir bestimmt«, zwinkerte ihre Mutter Luzi zu. Luzi hielt sechs Finger vor dem Gesicht und nahm zwei dazu. »Mama, dann bin ich acht Jahre alt«, freute sich Luzi, was ihre Mutter lächeln ließ. Der nächste Stopp war das Marx-Engels-Forum und Luzis Mutter erklärte ihr, »Die beiden großen Figuren, die du hier siehst, sind Karl Marx und Friedrich Engels.« Klangweit wackelte Luzi an ihrem Wackelzahn, was ihre Mutter natürlich bemerkte. »Manche Sehenswürdigkeiten sind für dich noch ganz schön langweilig, stimmt's?« Luzi nickte. »Später sieht das bestimmt anders aus, wenn du etwas älter bist«, sagte Mama und gab Luzi einen Kuss auf die Stirn. Vierzehnter Stopp, Neptunbrunnen und Sankt-Marien-Kirche »Mama, da ist der Brunnen und die große Kirche«, sagte Luzi ganz aufgeregt, denn sie wusste, dass sie nicht mehr weit weg vom Fernsehturm waren. »Ja, genau, das ist der Neptunbrunnen und die Sankt-Marien-Kirche. Toll, dass du dich daran erinnerst«, Luzi schaute ganz aufgeregt umher. Sie konnte es kaum erwarten, endlich vor dem Fernsehturm zu stehen. Sie konnte ihn schon sehen. Letzter Stopp, Alexanderplatz. »Ah, wir sind da, da ist der Alexanderplatz. Alexanderplatz ist die letzte Haltestelle.« Luzi sprang ganz aufgeregt von ihrem Sitzplatz. Es dauerte einen Moment, bis sie aus dem vollen Bus ausgestiegen waren. Luzi konnte es kaum erwarten. Die ganze Zeit hatte sie sich schon auf den Fernsehturm gefreut. Nun zog sie an ihrer Mutter. »Komm, Mama, schnell!« Wenig später standen sie vor dem Fernsehturm. Luzi war noch nie da oben und schaute bis nach ganz oben zur Spitze. »Der Fernsehturm ist ganz schön hoch, stimmt's? Ganze 368 Meter sogar. Er ist das höchste Gebäude in ganz Deutschland. In der Turmkugel kannst du einmal rund umgehen. Bei schönem Wetter sieht man auch den Möggelturm«, lächelte Luzis Mama. »Da oben ist sogar ein Restaurant. Ich glaube, da gibt es auch Eis.« Mama zwinkerte. »Mama, ich möchte da hoch auf den Fernsehturm«, sagte Luzi und zeigte oben auf die Turmkugel. »Oh, du hast ja die ganze Zeit richtig toll an deinem Wackelzahn gewackelt. Was hältst du davon, wenn du dir von der Zahnfee einen Besuch auf dem Fernsehturm wünschst?«, schlug Mama vor. Sofort wackelte Luzi wieder an ihrem Zahn und nickte. »Es dauert bestimmt nicht mehr lange und er fällt raus.« Eine Woche später fiel der Zahn dann endlich raus. Es war an einem Sonntagmorgen beim Frühstück. Luzi biss in ihr Schokoladenbrötchen und da fiel ihr Wackelzahn raus. Hanna hatte Luzi auch noch einmal ganz genau erklärt, wie das mit der Zahnfee ging. Und so legte Luzi abends ihren Zahn unter ihr Kopfkissen. »Und heute Abend kommt die Zahnfee. Holt den Zahn und erfüllt ihr einen Wunsch«, sagte ihre Mutter und gab ihr dabei einen Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn. »Schlaf schön, mein Schatz«, sie deckte Luzi zu. »Gute Nacht, Mama«, am nächsten Morgen schaute Luzi aufgeregt unter ihrem Kopfkissen nach. Oh, und tatsächlich, die Zahnfee war in der Nacht dagewesen und hatte ihr etwas gebracht. Aufgeregt rannte Luzi zu ihren Eltern. »Mama, Papa, die Zahnfee war da!« Und natürlich ging Luzis Wunsch in Erfüllung. In dem Umschlag, der unter ihrem Kissen lag, war ein Bild vom Fernsehturm. So ein Mail findet ihr bei Instagram und auch bei Facebook. Ihr Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt, im Buchhandel um die Ecke und auch online. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine Lesung Ugh, endless Lausglie, die Zahnfee, die Zahnfee, die Zahnfee sind für jemanden. www.Jerlingszahnfutter.com